Musik Typischer Wahlkampf in Hessen. Entweder es ist eisekalt oder es regnet. Was sonst? Heute ist der frischgebackene Europaabgeordnete Martin Häusling unterwegs, in Kelkheim auf dem Marktplatz. Manch zukünftiger Wähler ist einfach sprachlos. Die Argumente, um in Kelkheim grün zu wählen, überzeugen. Wenn ich mir diese Gegend angucke, könnte diese Gegend auf jeden Fall mehr Grün gebrauchen. Wenn man den Roland Koch so in der Nähe hat, wäre es gut, wenn man ein starkes grünes Gegengewicht hier bilden könnte. Und die Grünen in Europa sind, glaube ich, auch eine Kraft, die Europa richtig voranbringen. Und gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise muss man mit unseren Ideen auch einiges bewegen. Wir wollen mit den grünen Ideen, sprich das Erneuerbare-Energien-Gesetz, mit Energiesparen und mit innovativer Technik im Bereich Energieeffizienz, wollen wir viele neue Arbeitsplätze schaffen. Gerade hier in der Region braucht es Handwerk dadurch neue Aufträge und kriegt es neue Aufträge. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese guten Gründe immer noch nicht reichen, hat Philipp Räuber eine Lösung. Bio-Popcorn in Wumstüten. Morgens um halb sechs hat Philipp die Leckerlis hergestellt. Wie seine Küche jetzt aussieht, wollen wir gar nicht wissen. Der CDU übrigens, der war es heute Morgen einfach zu nass.